Hoch die Hände, Wochenende, Sonntag ist. Jawohl, und wir grüßen euch aus La Ziese am Gardasee. Wir sind gestern Abend noch angekommen, es war ein wenig spät, haben uns einfach einen Platz irgendwo gesucht. Einfach ein ganz normaler Stellplatz. Genau, der jetzt nicht irgendwie besonders war. Hauptsache, wir haben stehen und geschlafen. Und heute früh sind wir dann gleich noch los, gleich um 8, weil nur Teilumstellung auch. Eigentlich war es erst 7. Aber wir konnten nicht mehr schlafen, wir waren so aufgeregt. Und wollten jetzt einen Platz finden und haben auch Glück gehabt. Wir stehen jetzt hier auf dem Stadtcampingplatz in La Ziese. Den haben wir uns letztes Jahr schon mal angeschaut und haben gesagt, Mensch, der liegt total ideal hier, direkt am See und in der Stadt halt. Man hat es nicht weit. Und ja, Glück gehabt, schönen Platz gekriegt. Ja, und die Sonnenlacht. Ich habe schon die kurze Hose angezogen, du auch. Ja, ist unglaublich, wie warm das ist. So haben wir noch gefroren, lange Hose und dicke Jacke und so weiter. Und jetzt drehe ich euch auch mal um und schaut mal, wo wir jetzt stehen. Ich kann es doch gar nicht glauben. Nein, vor allem haben wir einen schönen Platz bekommen. Ja, echt. Da fuhr gerade einer weg, den konnten wir dann sofort übernehmen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Und jetzt machen wir mal eine Runde hier nach La Ziese rein. Mal gucken. Ja, und genießen den Urlaub. Ja. Euch nehmen wir mit. Komm mit. Ja, wir sehen uns. schön wenn es ruhig ist ja weniger los ist sieht man viel mehr hier ja im herbst war mehr los aber uns uns ist aufgefallen wir sind die einzigsten fast die mit t-shirt rumlaufen und kurzer hose alle anderen mit mütze und dicke jacken und schalen haben klamotten an das ist wahnsinn wie im winde schaut euch das mal an ein wahnsinn sonnenuntergang hier am ersten abend gleich wir hatten heute einen ganz schönen nachmittag irgendwann heftig das regen angefangen das haben wir dann gerade noch bis zum wohnmobil geschafft habe ich gerade bemerkt dass draußen so ein schönes licht ist und mache meine dachhaube auf und sehe so einen schönen sonnenuntergang so ein schönes abendrot es ist der hammer wahnsinn cool eine klare sicht haben wir heute gestern war das alles in den wolkenkenk und schön warm und wesentlich wenigerloser gestern war sonntag da waren auch die ganzen italiener die tagesausflügel alle da ne heute ist richtig schön du darfst gerne bleiben ja ja so macht urlaub spaß soll ich den hund mal nehmen willst du mal schauen schön leer hier gegensatz zum herbst im oktober wo wir hier waren richtig leer schön schön schauen wir mal weiter komm 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 jetzt sieht man wenigstens mal was von dem ort wenn es so viele leute sind da muss man aufpassen dass man kann umläuft durchgeschubst ja ja Ja. Mal schauen, komm her. Sieht jedenfalls sehr doll interessant aus. Ja. Ach, da drüben ist privat. Hier steht noch. Jetzt sehen wir weiter. Und auch hübsch gemacht hier. Ja, welche Frühlinge. Ja, schon Frühlinge. Also wir haben jetzt gerade gesagt, gerade untereinander, wie wir uns fertig machen können. Wir haben echt alles richtig gemacht. Die Entscheidung war wirklich gut. Weil wir haben eine Wetter-App daheim geguckt, wo es am besten ist. Und das hat ein wenig gewackelt. Aber doch, Gattersee war es ein Ticken besser. Und das ist einfach herrlich, Leute. Das ist echt so toll. Im März der Hallen schneit. Und hier scheint die Sonne. Es waren heute 18, 19 Grad. Und die fühlen sich so herrlich auf der Haut an. Und ich habe natürlich gleich wieder einen Sonnenbrand geholt. Deswegen habe ich jetzt auch die Jacke bis oben hin. Weil dann ist es doch jetzt ein wenig frischer. Ja, man friert jetzt doch ein bisschen. Weil den ganzen Tag an der Sonne und jetzt... Abends wird es jetzt doch ein bisschen leer. Leichter Wind ist jetzt aufgekommen. Aber immer noch toll. Schaut es euch an. Hammer, oder? Es ist so der Hammer. Das ist echt klasse. Ja, und was ich noch sagen wollte, mit dem Teppich haben wir, glaube ich, auch alles richtig gemacht. Weil unser neues Wohnmobil hat sich schon wieder verschoben. Ja, haben wir heute erfahren, oder beziehungsweise gestern noch, haben wir es erfahren, dass sich schon wieder weiterhin verschoben hat. Also, mein Gott, auf was soll man denn noch warten? Ja, es ist alles so unzuverlässig. Es ist Wahnsinn. Genau. Ja, wie gesagt, wenn der Teppich dann da ist, dann kann man den auch mit Sicherheit umarbeiten. Meinen die beiden von Feelgood Camper. Genau. Das kriegen wir dann schon hin. Dann schauen wir immer noch weiter. Ja, jetzt hüngert es uns ein bisschen. Jetzt gehen wir in die Stadt, suchen uns ein Lokal und gehen ganz lecker essen. Genau, so machen wir das. Bis denn. Ciao. Weißt du, was mich das erinnert? Nee. Mit Fress. Ja, die engen Gassen. Mit Fress. Stimmt. Und dass die Geschäfte dazu sind, findet der Olli auch ganz toll. Ja, wir sparen wir Geld. Mittags, Sonne lacht. Wir gönnen uns ein Aperol. Jetzt habe ich gerade entdeckt, dass da Bäume sind und da hängen doch tatsächlich Orangen dran. oder Mandarinen. Das geht auch für Mandarinen, ja. Das gehe ich mir mal angucken. Das ist ja echt der Hammer. Das ist ja echt der Hammer. Der hängt total voll mit den Dingern. Echt? Ja, so lässt sich das aushalten. Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Lecker Aperol. Das letzte Mal hier getrunken. Letztes Jahr. Im Herbsturlaub, oder? Seitdem gab es sowas nicht mehr. Schmeckt immer noch. Ja. Und dann dieser Ausblick hier. Schön. Und keine Termine. Kein, wir müssen, dies und müssen, das. Auszeit. So richtig schön. Jetzt können wir zu essen. Hallo. Oh, schon geteilt. Ja, Grazie. Wunderbar. Dankeschön. Dann lassen wir es mal schmecken, ne? Ja. Heute ist Mittwoch, der 29. März. Ja, glaubt man gar nicht. Ist aber so. Und ich wollte euch jetzt mal unseren Platz zeigen. Wo wir jetzt so gelandet sind. Das ist der Platz 61. Auf dem Stadtcampingplatz in La Sise. So geräumig ist er. Die Straßen sind recht eng hierher zu fahren. Hier wird gleich direkt das Waschhaus und die Toilettenentsorgung. Und die Duschen sind da. Passend eigentlich gerade so drauf. Ja. Der Strom. Der Platz hat Stromanschluss. Ja. In der Mitte von dem ganzen Weg. Ungefähr befindet sich. Da wo die Laterne ist. Da ist auch der Wasserhahn. Da könnte man Wasser ziehen. Ja. Also unser Schlauch zum Befüllen. Da reicht die Herne. Auf jeden Fall. Waschhaus hast du gesagt können. Das ist gleich hier vorne. Das ist in Ordnung. Duschen, Toiletten, alles da. Ja. Und jetzt hat man nur eben gesagt, ich war heute früh mit dem Hund schon unterwegs gewesen. Ja. Das Markt direkt vom Eingang vom Campingplatz ist heute Markt. Vermutlich immer Mittwochs. Ja. Ich habe das schon gelesen gehabt. Aber ich habe nicht mehr daran gedacht. Ich wusste auch nicht, dass heute Mittwoch ist. Also ich bin völlig aus dem Plan. Ja. Und dann war ich ganz überrascht. Da draußen plötzlich die Marktstände alle schon aufgebaut. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Tag. Jetzt habe ich Oli mobilisiert, dass er mal ein bisschen schneller in die Puschen kommt hier. Ja, ich bin schon vor dem Aufstehen wach geworden. Ja, und jetzt werden wir da mal vorgehen. Wenn wir über den Markt schlendern. Vielleicht finden wir ja das eine oder andere. Ja, bestimmt. Einen Käse wolltest du mitnehmen, hast du gesagt. Einen Käse wollte ich mitnehmen. Vielleicht auch eine Salami. Vielleicht auch eine Handtasche. Oder man weiß es nicht. Die 27. Handtasche. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, mal gucken. Einfach mal drüber schlendern. Wir haben ja Zeit. Und euch nehmen wir mit. Wenn ihr wollt, bleibt dabei. Also das Rein- und Rausfahren hier, das ist bestimmt eine enge Sache jetzt. Ja, da bin ich jetzt gleich raus. Ich habe nicht. Viel Spaß. Also die haben das alles wirklich jetzt die... Kannst du hier Oli und Martin? Ja, hallo. Alles fast zugeparkt mit ihren Ständen. Also das Rein- und Rausfahren, das ist... Heuterweg schwierig. Heuterweg schwierig. Ja, das muss man wissen. Okay. Das Mittwoch der Markt ist. Ja, da geht es dann. Also die enge Zone ist wirklich der Bereich hier vorne. Und dann roisch. Ja. Oder am Eintritt ist frei. Ja. Ehrlich. Keine Panik. Über die Handtaschen bleibst du immer gerne stehen, ne? Ja, man muss ja gucken. Eintritt des Feuers, gehört? Ja, Eintritt des Feuers, der ist nicht mehr. Für Schwiegermama nehme ich immer Chilischote und füllen Kartoffeln mit Fleisch, mit Käse, mit Schinken, Mozzarella, was ihnen schmeckt. Das Ganze dann in den Backkuchen, also ganze Kartoffeln im Backkuchen, mit Alufolie auf den Grillen. Nach dem Grillen, nach dem Backen, in Scheibe schneiden, Soße und Zutaten, wo ist sie? Ja, mega. Gleiches System auch mit Zucchini. Funktioniert mit Gurke, Zucchini, Auberginen. Du musst nur in der Mitte pieksen. Der Anfang braucht etwas fest drücken und drehen, damit die Ringe reingreifen. Wenn die Ringe reingreifen, nur weiter drehen, bis es ganz rauskommt. Andere Seite, zwei Ringe müssen rausschauen, Griff hat sie im Gerät weg. Zum Beispiel, wenn es so ist, ein bisschen drücken. Nehmen, nicht ziehen. Wenn man zieht, also nicht ziehen, sondern schrauben. Wie eine Glühbirne rausdrehen. Der Rest füllen. Wir füllen die Zucchini. Kommen, nehmen wir mal zwei Spiele raus. Nehmen dann zwei verschiedene, zum Beispiel Karotte mit Zucchini oder Karotte Kartoffeln. Karotte Kartoffeln hat auch gleicher Garzeit. Kann man von wann man kochen, backen, in Suppe doch fein legen. Die Beilage und Tornatipaste. Der Rest füllen, wenn nicht. Nur schneiden in der Mitte. Halbieren. Zwei verschiedene Spiele an drauflegen. Etwas Oliven und Scheiben Käse im Backhof. Käse überbacken. Bullissimo. Das ist für Zitrone, für Orangie, für Limette. Ein bisschen abschneiden. Zack. Links und rechts bis zur Gewinde. Reindrehen. Bevor wir uns aufmachen. Ein bisschen massieren. Kommt saft. Direkt in Fisch, zum Beispiel in Tee, in Steak. Der Rest von der Salatini verwenden. Komm wieder zumal in den Kühlschrank. Bleib frisch. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Top. Der Mini-Hobel kostet alleine 15. Der Spiele alleine kostet 10. Zusammen nehmen 20. Mit 20 Zitrone-Presse geschenkt. Alles drei. Dann nehmen wir doch mit, oder? Ich nehme ein bisschen. Das ist eine Schlange. Man braucht keinen Druck. Nur drauf. Hin und hin. Weil Hartsacken greifen selber. Deswegen ohne zu drücken. Nur drauf. Einmal hier zum Beispiel. Einmal hier. Einmal hier. Immer die Kanten ein bisschen mitnehmen. Gleiche Funktionen kann man damit auch schäden. Kartoffeln, Spargel, Gurke. Was ihr möchtet. Eine Seite. Oder hin und her. Wie leichter ist. Wie in einem Pass. Wie in einem Pass. Kann nicht schneiden. Passiert nichts in der Hand. Kleinschneiden. Schälen. Umdrehen. Das ist dann für Chips. Bratkartoffeln. Für Gratin. Für Kartoffeln. Salat zum Beispiel. Gleiche Zucchini. Das ist Zucchini. Aber gleich mit Gurke. Für Gurke. Salat zum Beispiel. Zucchini. Oder Zucchini. In der Länge für Grillen. Für Braten. Panieren. Einlegen in Olivenöl. Perfekt für Antipaste. Dasselbe mit Aubergini. Einmal umdrehen. Diese Zacken. Das ist dann für Julien. Für Spaghetti Zucchini. Hier anfangen. Schieben. Ohne zu drücken. Nur ein bisschen so mit Schwung. Gleich. Wenn man Zucchini in der Länge schneidet. Dann kommen lange Spaghetti Zucchini. Aber man kann ein bisschen so mit Gurke zum Beispiel. Die Diagonale. Für kleine. Wie sie mögen. Gleich auch mit Karotte. Karotte, Gurke, Zucchini. Was sie mögen. Ohne Kraft. Ohne Druck. Ohne Druck. Nur ein bisschen so mit Schwung. Für Julien. Und diese Funktion hier. Das ist Wellenschnitt. Wie früher rote Beter. Schneidet zickzack. Auch mit Karotte, mit Gurke, mit Zucchini. Was sie mögen. So in der Form zu schneiden. Und in der Mitte ist eine Reibe. Knoblauch. Das ist der Mini-Hoop. Die Spirale musst du in der Mitte vom Kartoffeln fixen. Der Griff nur am Anfang braucht etwas festes. Drücken und drehen. Wenn die Ringe reingreifen, nur drehen bis das Ganze rauskommt. Auf der anderen Seite zwei Ringe rauskommt. Blaugriff hat sie im Gerät weg. Bei Spirale nicht ziehen, sondern auch drehen. Kommen die Masse. Die können sie frittieren. Zum Beispiel Pommes. Der Rest von Kartoffeln füllen. Nehmen ein Gemüseblatt. Nehmen ein bisschen Schinken. Eine Kochschinken. Nehmen ein bisschen Käse. Mozzarella. Parmigiano. Peperoncino. Schafspaprika. Für die Schwiegern noch mal Chilischotte. Und füllen Kartoffeln. Erstmal für eine Roulade. Und das Ganze dann füllen. Komplett in den Backofen. Also ganze Kartoffelseniora im Backofen. Oder mit Alufolie auf den Grillen. Nach dem Grillen, nach dem Backen. Scheiben schneiden, Soße dazu bereiten. Das habe ich nicht gehört. Hier füllen mit Laich, Käse, Mozzarella, Maschine schmecken. Jetzt waren wir ganz schön begeistert von dem, was er uns da vorgeführt hat. Ja, also das hat er echt ratzratz. Und hier rumgedreht. Und Tipps gegeben. Tolle Kochideen hat er auch gehabt. Ja, also ich fand es so klasse. Er war echt begeistert. Natürlich, was macht man dann auf dem Markt? Schlägt man zu? Ja, machen wir noch mal eigentlich gar nicht. Eigentlich laufen wir an solchen Ständen vorbei. Ja, genau. Oh, der hat echt überzeugt. Er hat es gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Wirklich wahr. Die Show. Top Daumen hoch. Eigentlich wollte ich nur zwei Sätze kaufen. Ja, eins zu mich und eins zu unserem Sohnemann. Und dann haben wir auch gesagt, Ich wollte ihm 50 Euro bezahlen und sagte, 50 Euro kriegst du auch drei. Da habe ich mir überlegt. Na ja, gut. Können wir noch eins verschenken. Ja. Kriegen wir schon los bestimmt. Ja. Und Oli war dann ganz neugierig und hat einmal geguckt, ob man das vielleicht auch irgendwie günstiger kriegt oder ob es überhaupt den Preis wert ist, was wir jetzt bezahlen haben. Ja, ich habe mir überlegt, wo er das denn herbekommen. Ne, das muss irgendwie aus China kommen oder so. Sag ich, bei Wisch und so weiter geguckt, habe ich es nicht gefunden. Aber bei Amazon. Ja. Siehe da. Also, ihr habt das bestimmt jetzt im Video gesehen, wie der das hier ganz schnell mit dem Gemüse gemacht hat. und eine Bebaroni für die Schwiegermutter und so weiter. Also, falls ihr nicht an den Gardasee kommt und einer von euch vielleicht sagt, ey, klasse, dass ich mich auch haben. Wir haben es, wie gesagt, wir haben die Links dazu gefunden, beziehungsweise die Artikel in Amazon gefunden. Die Links setzen wir euch in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal draufklicken. Schaut euch mal an. Und wenn ihr wollt, ja, dann bestellt es euch. Da braucht ihr nicht extra einen Gardasee fahren, obwohl es hier auch wirklich schön ist. Ja. Ja, und man kriegt jetzt, glaube ich, sogar unter 20 Euro bei Amazon. Ja, bei Amazon. Also, man spart sich schon ein wenigstens. Ja. Ja, das war halt die Schuheinlage, was er gemacht hat, ne? Man weiß jetzt, wie es funktioniert. Ja, doch. War ganz lustig. War eine schöne Sache, ja. Wunderbar, prima. Cool ist ja diese Zitronenpresse, ne? Ja. Oder Saftspender heißt das Ding. Saftspender, ja. Du steckst das, drehst das ja bloß rein. Ich werde das dann auch gleich mal ausprobieren. Und er hat gesagt, die Zitrone hält bis Weihnachten. Also, das glaube ich nicht ganz. Bis Weihnachten ist noch ein Stück. Heute haben wir es geschafft. Heute hat dieses Strohkaffee hier endlich mal geöffnet. Und auf was wir uns echt schon gefreut haben. Auf die Wäscheleine. Auf die Wäscheleine. Auf die Wäscheleine. Ja, Averol und Wäscheleine. Also, Parmaschaken, Oliven. Wird auch lecker. Wir haben ja letztes Jahr hier auch schon gehabt. Und senden von der Stelle aus mal ganz liebe Grüße nach Bonn zu Manu und Udo, mit denen wir letztes Jahr hier waren. Ja. Wie gesagt. Wir waren ganz enttäuscht, weil die letzten zwei, drei Tage hat es zu gehabt. Ja, genau. Wahrscheinlich noch Wochenend. Aber heute, weil ich mag das, da hat es wahrscheinlich auf. Und Oli hat gleich gesagt, ja, es hat auf. Und hin. Ja, natürlich alles besetzt gewesen. Aber ein bisschen gut muss man haben. Muss man halt wann. So, und jetzt schauen wir mal, dass sich der Averol bahn wird. Ja. Prost. Bitte? Ja. Die kleinen Gassen sind hier tatsächlich wie im Kress, ne? Ja. Das erinnert mich ganz stark an unser Stress. Und ganz ehrlich, ne? Wir haben uns ja die Sonne gewünscht, ne? Und ich war jetzt wirklich geknallt. Boah, ich bin hier ganz heiß. Ganz heiß. Aber ein bisschen Schatten tut jetzt das nicht gut. Ja. Das ist das Gewühle wollte man jetzt nicht nur mal zurück. Ne. Das hat die eine Richtung jetzt gereicht. Ja, mit auch jetzt. Jetzt ist es voller geworden. Ja. Und jetzt suchen wir uns so den Weg zum Kämmerplatz durch die kleinen Gassen zurück. Und dann, ja, wenn wir das nur wie sie jetzt da machen, oder? Mhm. Schon Uri hier. Schön. Ja, liebe Grüße an Roberto und Annette. Ja, die haben uns nämlich eine Nachricht geschickt. Wir kennen die beiden ja von Zres. Und die haben gelesen, dass wir hier sind. Und da haben sie gesagt, Mensch, Sie kennen ein gutes Weingut. Da kaufen Sie immer Wein ein. Und haben uns einen Tipp hier gegeben, oberhalb von Cola. Das ist es. Ja, ein Stück hinter Cola. Also vom Gardasee, von Lutz. Ja, ja. La Zise. La Zise. Raus, dann Richtung Cola. Durch Cola durch. Und dann, was waren das jetzt? 500 Meter. 500, 600 Meter. Ja, ja. Und dann kommt man hier zu dem Weingut. Also wir sind in den Fahrräder hergefahren. Und dann hat gut geklappt. Natürlich jetzt im März. Nicht so viel Verkehr, denke ich einmal, wie im Sommer. Aber wie gesagt, man kann auch hier mit dem Wohnmobil herfahren. Oder mit dem Auto. Und jetzt werden wir mal den Wein hier probieren. Und mal schauen, ob die beiden recht haben, ne? Ja. Also wir sind jetzt bei Nummer 1. Und das macht schon Mhhh. Ja, der schmeckt schon. Bisschen hat er uns aufgeklärt. Wir haben hier die Rotweine. Da probieren wir jetzt einmal. Und der ist von Schwach. Biss immer stärker. Buongiorno. Hallo. Und Weißwein. Und die Preise, wenn ihr euch hier anguckt, ne? Da kann man echt nicht meckern, ne? Nee, da kann man echt nicht meckern. 3 Euro, 4,50 Euro, 3 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 4,50 Euro, 4 Euro. Öl und Grappa haben sie ja auch. Hammer. Ja, das probieren wir uns mal durch. Ja. Ich muss aufpassen, dass wir nicht hier. Wir müssen ja schauen, dass wir die Taschen da ein bisschen voll kriegen. Ja, zur Not. Da können wir ja mit dem Wohnmobil auf dem Heimweg dann mal vorbeifahren. Wenn wir uns für daheim was mitnehmen wollen. Könnte man auch die Garage voll machen, ja. So. Aber jetzt probieren wir uns erst einmal durch hier. So, jetzt haben wir uns gerade entschlossen nochmal am Ende des Urlaubs hier vorbeizufahren mit dem Wohnmobil. Ja. Und hier nochmal ordentlich die Garage voll zu machen mit dem Wein. Der ist so gut. Der ist echt gut. Und die Preise, es ist einfach Hammer, ne? Und so günstig. Ja. Auch Olivenöl habe ich jetzt probiert. Das ist auch sehr sehr lecker. Und der Liter 8 Euro. Also wenn man da nicht zuschlägt, Hammer. Ja, was sollen wir auf Kresthammer mittlerweile 20 Euro für einen Liter Öl. Das stimmt, ja. Und hier ist es richtig lecker, ne? Ja, also es war echt gutes Öl. Und ich habe mir jetzt eine Flasche mitgenommen. Und ich denke da, wie gesagt, Ende des Urlaubs. Eine Flasche ist gut. Manu ist perfekt mit lauter Alkohol und Öl. Ja. Also ich bin jetzt was wert. Jetzt geht es bergab ein wenig schneller. Jetzt kriegst du Schwung. Und so schaut es hier aus, wenn ihr vorbeikommen wollt. Hier ist der Weinhandel. Öffnungszeiten. Öffnungszeiten stehen dran. Also früh von 8 bis 12 und dann von 14 bis 19 Uhr. Und sogar am Sonntag von 9 bis 12 Uhr hat er auch auf. Das ist total hübsch hier alles. Hier sind gleich die Weinreben. Ich schätze mal da drüben ist da ein Anwesen. Macht schon was her, ne? Na gehts doch Manu. Ja ja. Alles gut. Na auf dem Weg zurück zum Campingplatz sind wir jetzt hier in Kohler nochmal angehalten. Ja, weil wir vorhin beim Rauffahren schon gesehen haben, dass man hier eine ganz tolle Aussicht hat. Ja. Aber wir hatten ja da noch eine Mission zu erfüllen. Aber jetzt haben wir alles eingepackt und jetzt können wir auch die Aussicht genießen. Schön. Und das Wetter spielt einfach nur herrlich mit. Wir haben mal früh Bilder gesehen von Deutschland, beziehungsweise von uns in Franken, wo Schnee liegt. Und 600 Kilometer weiter im Gardasee. Herrlich das Wetter. Da unten ist der Gardasee. Da müssen wir hin. Da fahren wir jetzt wieder runter. Jawohl. Also deine Vermutung ist richtig. Es wird jetzt wieder bergab gehen. Aber zu steil war es jetzt nicht mit dem Fahrrad hier hochzufahren. Das ging. Zumindest mit dem E-Bike einwandfrei. Mit dem Berg sowieso nicht. Aber es war eine schöne Strecke eigentlich. Und du magst auch wieder weiter fahren? Steigen wir wieder ein? Na komm. So, der Abreisetag hier vom Stellplatz. Oder Campingplatz. Die haben wir gesagt, wir holen uns jetzt noch Wein. Und Öl. Und Öl müssen wir mitbringen, ja? Ja. Und deswegen sind wir jetzt mit dem Wohnmobil nochmal hier. Genau. Kann man ein bisschen mehr einpacken? Ja. Die Fahrradtasche ging nicht viel rein. Nein. Nein. Aber ich kann einfach rumfahren. Ja, genau. Schauen wir, was doch hier los ist. Wow. Also er scheint ziemlich bekannt zu sein hier. Und beliebt zu sein, weil... Also der braucht unseren Geheimtipp hier gar nicht mehr. Ne. Den kennen wir alle schon. Bloß wir haben es mir ja nicht gewusst. Aber wir sind ja auch keine Gardas hier Urlauber. Ne. Das ist ja jetzt eigentlich... Na ja, Neuland auch nicht mehr. Aber ganz so oft waren wir ja noch nicht da. Aber wir kennen uns jetzt aus. Ein bisschen besser kennen wir uns aus. Wir sind viel mit den Fahrrädern herumgeradelt. Haben uns alles ein wenig umgeschaut. Bloß probieren können wir jetzt nichts mehr. Ne, probieren nicht. Aber Öl, das andere Öl will nochmal probieren. Das geht ja. Öl steigt auch nicht zu Kopf. Ne. Kleines Fazit zum Campingplatz Kommunale in La Sise drin. Also er liegt ja direkt an der Promenade. Du hast ja kurze Fußwege überall hin. Wir haben jetzt für fünf Nächte 120 Euro gezahlt. Vor Saison. Ja, ab morgen wird es teurer. Ab morgen wird es teurer. Dann kommen die Osterferien und... Genau. Und dann wird es natürlich auch voller. Deswegen ist es ganz gut so gelaufen, wie es ist. Vor Saison hat uns sehr gut gefallen. War sehr ruhig. War sehr schön. Das Wetter ist bombastisch. Bis gestern war es schon ein wenig zusammengezogen. Aber heute glaube ich noch ein bisschen mehr. Es ist ja grau. Es ist genau das richtige Wetter, um weiterzufahren. Und das machen wir jetzt. Bevor wir... Ja, wir wollen uns jetzt nochmal einen Tipp angucken. Ach ja. Und zwar ein bisschen weiter runter fahren. In die Richtung, wo wir letztes Mal schon waren. Ja, Richtung Semione, habe ich gesagt. Wenn wir schon mal hier sind, möchte ich mal gucken. Und ja... Mal weiter noch ein wenig. Ja, wenn es da was ist, bleiben wir da. Ansonsten... Schauen wir weiter. Also wir haben noch kein festes Ziel für heute. Und ja... Ne, nur mal rumschauen. Genau. Ob vielleicht beim nächsten Mal dann die Ecke dann auch für uns passt. Genau. So ist der Plan. Dann werden wir einfach auch mal hier das alles ein wenig erweitern. Aber wenn das nicht so passt, dann fahre ich wieder zu dem Campingplatz hin, wo ich jetzt war. Das war wirklich top. Ja, hat uns gut gefallen. Ja, war echt toll. Duschen waren immer warm. Hat zwar manchmal ein bisschen gedauert, bis das Wasser warm wurde. Aber das war dann warm. Kannst du lange duschen, wie du willst. Und ist natürlich auch im Preis inbegriffen. Bei den Toiletten musst du Toilettenpapier mitnehmen, wenn ihr die benutzen wollt. Da ist nämlich gar nichts. Es sind auch keine Tücher zum Handyabtrocknen. Ne. So, und das war's jetzt erst einmal ins Gemeinkaufen. Ja. Und Deutschland hat uns wieder. Was am Brenner nicht der Fall war mit Schnee hier am Achensee. Oder beziehungsweise jetzt kurz vor dem Degernsee. Noch ein paar Reste vom Schnee. Der letzte Woche übrigens. Oder vor einer Woche. Noch nicht lag. Ne, der war nix. Jedenfalls nicht so viel. Das ist alles in der Zeit gewesen, wo wir am Gardasee waren das ja ordentlich Geschneider. Die Tour brauchen wir jetzt vielleicht nicht. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Ich hab jetzt keine Lust auf die Schnee. Ja, und das typische Wetter in Deutschland. Es regnet. Hatten wir das schön, ne, die Woche. Alles richtig gemacht heute. Alles richtig gemacht, ihr Lieben. Wir sind an den Gardasee gefahren, hatten wunderschönes Frühlingswetter, so wie wir uns das gewünscht hatten. Und gestern hat es ein bisschen geschwächelt. Aber naja, gut. Jetzt ist es ja auch rum dann die Woche. Wir sind, wie gesagt, schon am Degernsee. Und bald zu Hause. Dann hat uns der Alltag auch wieder. Wir sagen von hier aus dann auch Tschüss. Macht's gut. Ja, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020